Ein Ford Focus ist hier zum Verkauf angeboten. Der blaue Kombi ist 5-türig und bietet Platz für 5 Personen. Der Kombi bietet zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Isofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter, Dachrailing und vieles mehr. Unter der Haube gibt der äußerst sparsame Diesel eine Leistung von 120 PS an das Schaltgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 3,8 Litern pro 100 Kilometer. Der Online-Preis des Wagens beläuft sich auf 23.870 Euro. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gerne Ihre Fragen. Autohausködler Ständig 1000 Ford auf Lager Größte Auswahl Bester Preis Bester Preis Bester Preis